Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich ich und David, wir spielen heute, oder wir starten heute das Projekt Raft. Ach du Scheiße. Ja, begrüßen wir halt auch nicht schlecht, aber David, wissen wir, dass du den nicht fannst. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Also, das Problem ist, am Anfang wird es auch ziemlich eintönig, wenn wir immer nur den ganzen Scheiß farmen müssen. Ja, genau, das ist das Problem. In dem Spiel. Das Problem. Das ist am Anfang sehr eintönig. Ja, das Problem. Oder langweilig. Nur, deswegen würde ich sagen, machen wir hier ein kleines, oder nicht Cut. Sondern eine, äh, also damit ihr nicht, äh, euch denkt, wir, äh, cheaten, machen wir hier, äh, eine Zeitraffer. Ja. Wir fassen Vorlauf mit ein bisschen Musik da runter, oder, David? Haha, keine Ahnung. Und dann ja, würde ich sagen, starten wir diesen Zeitraffer, oder, David? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, dann hau ich hier in den Zeitraffer rein, oder? Schneid zu die Videos. Ja. Auf. Ich schneide die Videos. Auf. 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 so wieder zurück wir treiben hier leider an einer infel vorbei leider nichts übrig als vorbeizutreiben aber sonst war alles okay derzeit ne der schoss hat unser brot hier abgefressen was ich gebaut habe eigentlich in der insel aber der hat er wieder weggemacht den haken wahrscheinlich eine planke in zwei kunststoff ach ja das sollte normal funktionieren eine so ich habe ja wieder ein bauhammer seil ein seil zu machen haben wir auch alles stein was könnten wir noch ich mache mir noch ein holz sperr ja soll ich uns einen reiniger machen es wäre glaube ich nicht schlecht für trinken ja da wäre nämlich alles gut du suchst jetzt derweil alles dafür äh wo ist der bei welchem punkt ist der reiniger den mach ich hier schon ja aber ich weiß ja nicht was ich dafür brauchen ach da ja dann mach ihn den grill mach ich auch gleich ja also das b das b das b machst du äh öh die tation ich mache mit 2 äh und angelr Courten den m machst du oder mach das ich habe gerade unser ding hier vergrößert ja schon Plastik ja hast du Planken? ein doch warum ja Planken reichen jetzt mal so Blätter ne die brauche ich selber für das scheiß Beet ich habe jetzt ein paar ein paar einige ey oh fuck ich habe noch keinen Speer nein ich habe einen nein doch ich bin runtergefallen au Hilfe mir fehlt ein Seil da könnte ich mir einen Speer machen abgenügend oh nein dachte jeder bleibt auf seiner Seite ja dann bleibe auch du auf deiner bin ich Alter fick dich gib mir scheiß Blätter bevor der Wichse nochmal anbeißt ich habe eh ich habe eh einen Speer warum benutzt du ihn denn nicht? weil ich gerade vielleicht weil ich gerade was geangelt habe ja ja das ist ja wichtiger als unser Boot ja und mit dem kann ich ja mein Boot auf also unser Boot aufsparen ich weiß nicht alter verpiss dich wo ist der Heil ja 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 Plastik äh trinken wär auch nice ja 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 aber das machst du du Kann ich schon platzieren? jetzt habe ich Durst fuck nein nein das bekomme jetzt ich werde sterben ja stimmt und weil ich habe ja keine Durst hol ich mir scheiß Becher da hast du ihn doch genau ich ich würde sagen ich baue ganz kurz einen anker können wir vielleicht auch mal stehen bleiben irgendwo na der ist der ist teuer den bauen wir doch nicht er kommt ja weil ich ins wasser eingefallen will ja du kannst du nicht stehen bleiben wir haben ja keinen festen anker ich bin ganz kurz hier wie wie wässer ich dir ja habe ich ja david hast du vier blätter vier blätter kannst du mir noch drei geben oder zwei ja es sind zwei ich könnte jetzt den wurf anker machen habe ich und dann hast du hast du vier blätter ja hier danke dann habe ich jetzt auch einen paddel aber jetzt halte ich nicht mehr auf zur ja aber für die nächste insel ja da links wo links also ja dort treiben wir ja hin derzeit ja wir wir haben das spiel ja schon mal gespielt davor war mal mit anderen kollegen ja ich weiß so unser floss ist jetzt größer treiben wir genau rein ach du scheiße nicht wieder rauskommen sollen wenn wir jetzt nicht ein bisschen nach links paddeln und dann den anker werfen ja ebenso dass es sich ausgeht eventuell hast du den fisch ja wirst du stehen bleiben deswegen habe ich gut anker 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 ja dann wir wie ja chill ja gut können wir ja schon mal rüber hast du einen einzigen stein nein 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 als ob du keinen stein mehr hast nein für was hast du deine vielen steine ausgegeben hast du den jungen hast du den gegeben nein ein äh zwei hast du mir gegeben ja ja könnten wir das abbauen nur ja 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 warte ich will eigentlich eine achse ich brauche drei steine ist ein steine ist ein stein ich habe zwei hast du vielleicht einen nein nein und deswegen sage ich euch wie wir auch einen stein und deswegen sage ich euch wie wir auch einen stein wo ist das fucking boot da da ich will eigentlich jetzt nicht der hei aber ich habe Durst ich muss riskieren der hei kommt der hei kommt der hei kommt au nord auf ganzen brauchen muss andere platzte ipad pflanzen an asg crp geerntet Und wieder die Kartoffel anpflanzen? Ja, alle anpflanzen LOL Drück mal Beistricht Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da und natürlich ein Abo und bis zum nächsten Mal, macht es gut, tschau, tschau, tschau Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und bis zum nächsten Mal, macht es gut, tschau, tschau, tschau